Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Andreas Möller L. und Lothar Matthäus lieferten sich eine der denkwürdigsten Szenen zwischen dem BVB und Bayern Urheberrecht Getty Image. 6. April 2019, 12.05 Uhr München, der FC Bayern und der BVB liefern sich über die Jahre viele hitzige Spiele in der Bundesliga, im Pokal und auch in Europa. Sport 1 zeigt legendäre Duelle.